Also, mein Lieber, lassen wir los. Ich bin gespannt. Latveri. Mit dem wache ich mich am Morgen auf. Wie bitte? Ah, du hast den Morgenständer, was? Latveri. Was ist das? Ein Gummi. Ein Gummi. Komm, gib mir noch eines, was ich weiss. Eppei. Eppei? Yeah! Korrekt! Liberament. Sie fragen dich, ob du das Dessert willst und dann sagst du Liberament. Und das heisst, er soll am Schluss, am Schluss soll es ihn bringen. Ah, Lieberament. Jetzt schenke ich es. Okay, okay. Lieberament. Lieberament. Nein, das heisst tatsächlich, also wirklich so. Tatsächlich. So wie alle Richtung Winter-Tour-Zürich, oder? So einen guten Durchschnitt.